Hallo und willkommen bei Schwinghort. Ich mache gerade der Ungezähmte. Hierfür dachte ich mir, ich nehme einfach mal einen kleinen Guide dazu auf, eben weil viele Leute meinen, er ist alleine nicht machbar oder ich verrecke manchmal und manchmal schaffe ich es aber. Deshalb eben kurz hier mein Video dazu und zwar ganz einfach. Ich fange hier, wie ihr gesehen habt, unten an der Treppe an, wo ich ihn übernommen habe und die ersten beiden Eier gehen natürlich gleich mal drauf und ich habe mich jetzt für meine Route entschieden. Man kann hier auch verschieden spielen, denn die Ads spawnen erst nach einer gewissen Zeit oder auch sogar jetzt noch mit einer gewissen Anzahl an Eier, die ihr zerstört habt. Ich spiele das gerne so, wie wir das früher in Classic gespielt haben, als wir das noch aktiv geradet haben und zwar mache ich jetzt hier eine Art Parcours und zwar eben die zwei ersten Eier an der Treppe, hier oben am Vorsprung, alle Eier gekillt und nun gehe ich erst einmal hier rum und werde auch gleich wieder nach links abweichen. Das hat den Grund, dass ich jetzt nämlich schon in der Mitte der Karte bin und die Ads, wenn sie aufhören den Boss zu attackieren, die Aggro wechseln werden. Habt ihr gerade gesehen, die haben jetzt meinen Charakter im Target und sind jetzt alle rübergelaufen. Das ist vermeintlich wenig Damage, werdet ihr sagen. Das stimmt auch, aber wir sind ja hier in Classic. Dieser Boss hat auch nicht gerade viel Leben und gerade diese paar tausend Damage zahlen, die wir jetzt weniger bekommen, ist eigentlich unsere Siegesrunde so gesehen. Denn ich droppe zwar weiter mit dem Boss, ihr seht ja, ich bekomme genug Schaden rein. Es ist aber bei weitem nicht genug, um mich jetzt hier daran zu hindern, die letzten Eier zu killen. Und ja, das ist meine Runde, wie ich die Eier jedes Mal spiele. Wenn euch das Video helfen konnte oder euch nicht helfen konnte, schreibt es bitte in die Kommentare und ich würde mich über ein Abo und ein kostenloses Like freuen. Und ansonsten wie immer, tschau tschau, bis dahin.